Ronja Forcher ist aus der Bergdoktor nicht mehr wegzudenken. Seit 2008 verkörpert die österreichische Schauspielerin in der ZDF-Serie die Rolle der Lilli Gruber. Die Tochter von Martin Gruber wird demnächst ihr Medizinstudium beginnen und könnte danach als Bergdoktorin in die Fußstapfen ihres Serienvaters treten. Doch was hält Ronja Forcher selbst von dieser Idee? Im Interview mit Schöne Woche spricht die Schauspielerin jetzt über neue Möglichkeiten ihrer Serienfigur. Das ist eine große, nicht zu unterschätzende Aufgabe, aber ich verschließe mich vor nichts. Wenn alles stimmt und ich ein gutes Gefühl dabei habe, wäre es etwas, was ich mir vorstellen kann. Wie sie weiter erklärt, sei sie offen für Neues und habe auch keine Angst davor. Parallel widmet sich Ronja Forcher noch der Musik, doch wie sie im Interview versichert, bleibe sie dem Bergdoktor sehr gerne treu. Es bleibt also abzuwarten, ob es schon bald die Bergdoktorin geben wird. Wenn es nach Ronja Forcher ginge, stünde dieser Idee jedenfalls nichts im Wege. Ich habe auch ein neues Wenn wir den Bergdoktor basieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.